In diesem kleinen Video möchte ich Ihnen erläutern, wie der Kurs aufgebaut ist. Idealerweise haben Sie sich schon das Einführungsvideo angesehen, was mit nachhaltigen Bauen gemeint sein könnte, wie wir das anwenden, wie die einzelnen Inhalte sind und so weiter. Und nun möchte ich ganz kurz darüber sprechen, wie der Online-Kurs strukturiert ist und wie ich Ihre Arbeitsweise einschätze. Schauen wir uns dazu den Online-Kurs selber an. Idealerweise, wie gesagt, hatten Sie sich schon das Einführungsvideo angeschaut und befinden sich jetzt in dem Menüpunkt Kursgrundlagen. Hierin ist alles erklärt, wie der Kurs funktioniert, wie der Kurs zusammengesetzt ist. Das heißt, Sie finden hier sowohl die Inhalte, also was ist nachhaltiges Bauen, nochmals kurz beschrieben. Sie finden hier den Aufbau des Online-Kurses selbst. Das heißt, ganz kurz erklärt, wie die einzelnen Bausteine zusammengesetzt sind. Sie finden hier die Ziele des Kurses, also was ist das Hauptziel des Kurses und vor allem, und das ist für Sie wichtig, was sollen Sie nach Abschluss des Kurses können. Die Struktur des Kurses, wie läuft der Online-Kurs ab, das ist auch für Sie natürlich sehr interessant, weil viele von Ihnen das berufsbegleitend studieren, sowieso schon, und jetzt im Wintersemester 2021 das Ganze als Online-Kurs gedacht ist. Sie haben eine maximal mögliche Anzahl an Freiheitsgraden. Es gibt eine feste Taktung in diesem Kurs, die ich auch nicht ändern möchte, und das hängt zusammen mit den Themenblöcken. Wir gucken uns das mal an. Insgesamt können wir sagen oder feststellen, dass der Kurs in fünf Blöcke eingeteilt ist, die thematisch sortiert sind. Die Nummerierung hat sich noch etwas verschoben, das werden Sie dann sehen, wenn Sie in Block 1 kommen. Und pro Themenblock finden Sie drei inhaltliche Blöcke. Ein Einzelmodul ist dann so aufgebaut, das finden Sie hier unten, dass Sie immer ein Einführungsvideo sehen. Was erwartet Sie? Es finden sich ergänzende Videos, wie zum Beispiel Interviews, Beispielprojekte und so weiter. Sie finden Reflexionsfragen und Quizzes, also kleine Aufgaben, die das Thema vertiefen sollen, und Quizzes mit Multiple-Choice-Aufgaben, die Sie auch auf die Prüfung zum DGNB Professional vorbereiten sollen, die Sie freiwillig machen können. Sie finden themenbezogene Kriterien des DGNB-Handbuches als PDF und die werden Sie dann auch bearbeiten, anhand eines Beispielprojekts und das Thema so weiterhin vertiefen. Vorweggenommen, dieses Projekt, das wird Ihre Studien, Ihre Prüfungsleistung sein, also daraus ergibt sich Ihre Note. Und das Ganze ist zusammengefasst in diese fünf Blöcke mit insgesamt zwölf verschiedenen Themen, wobei wir zwei Themen als Schwerpunkt behandeln werden. Und das sind die Themen der lebenszyklusorientierten Planung. Zum einen das Thema der Ökobilanz und zum anderen das Thema der Lebenszykluskosten. Zwischen diesen Themenblöcken befindet sich die Projektphase bzw. unser Meeting, unser gemeinsames Meeting. Also wir werden uns alle drei bis vier Wochen live treffen, den Termin werden wir noch abstimmen, um über die zurückliegende Themenphase zu sprechen, um Ihre Fragen zu klären, um am Projekt weiter zu arbeiten und nach vorne zu blicken. Also wir werden uns treffen, insgesamt mit der Einführungsveranstaltung gerechnet, sechs Mal. Das heißt zu Beginn einmal, zwei, drei, vier, fünf und sechs Mal. Das letzte Mal dann zum Schluss, bevor es in die Endbearbeitung Ihres Projektes geht. Wie Sie die Zeit dazwischen einteilen, das ist Ihnen völlig freigestellt. Also die drei Wochen zwischen jeder Präsenzphase oder zwischen jedem Live-Meeting, die können Sie völlig frei gestalten. Das heißt, Sie haben die Lernmaterialien, Sie haben die Videos, Sie haben den Online-Kurs, Sie haben die Skripte und so weiter und so fort. Und wann Sie sich diese Themen erarbeiten, das ist Ihnen völlig freigestellt. Wie könnte jetzt so ein Workflow aussehen? Können Sie das Tempo wirklich völlig frei bestimmen? Ja und nein. Durch diese Taktung, dass wir uns alle drei bis vier Wochen treffen, gibt es natürlich das Grundgerüst. Und als Feedback für Sie, die Rückmeldung aus den vergangenen Semestern, wo ich dieses Konzept schon so verfolgt habe, war stets positiv. Also letzten Endes wurde das sehr positiv bewertet, dass ich von Ihnen auch Zwischenabgaben haben möchte. Dementsprechend haben Sie gewisse Freiheitsgrade im Rahmen dieser Grundstruktur. Das heißt, Sie sehen jetzt hier wieder den ersten Themenblock, erste bis dritte Semesterwoche und so weiter bis hin zum letzten Themenblock, der bis zur 15. Semesterwoche geht. Mit welchem Zeitaufwand müssen Sie rechnen? Das ist natürlich nicht immer identisch. Man kann aber rechnen, dass Sie für ein Einzelmodul insgesamt folgende Zeit veranschlagen müssen. Sie haben Videos, die Sie sich anschauen müssen. Das sind 20 bis 45 Minuten, je nach Thema. Sie haben Reflexionsfragen und Aufgaben dazu. Das dauert mal zehn Minuten, mal auch nur fünf Minuten, kann aber auch schon mal eine halbe Stunde gehen. Sie müssen DGNB-Kriterien bearbeiten, ausarbeiten, mal eine Präsentation aufbereiten und so weiter. Das dauert zwischen 60 und 90 Minuten je Einzelmodul. Und Sie haben die Projektbearbeitung aufgesplittet jetzt auf die Einzelmodule zwischen 30 und 60 Minuten. Wobei man davon ausgehen kann, dass Sie die Projektbearbeitung auch zusammenhängend am Ende des Moduls machen können. Das heißt, Sie können pro Einzelmodul davon ausgehen, dass Sie einen Arbeitsaufwand haben werden, der zwischen zwei und dreieinhalb Stunden liegen wird. Zeitstunden. Das heißt, es ist nur geringfügig mehr, als wenn wir uns wirklich in der Hochschule treffen würden und ich Ihnen jede Woche anderthalb Stunden was zu irgendeinem Thema erzählen würde, plus die Nachbearbeitungszeit. Also es bewegt sich im gleichen Zeitrahmen. Wie Sie sich die zwei Stunden einteilen, das ist jetzt völlig frei. Sie können also wirklich alle drei Einzelmodule hintereinander machen und sind dann in einem Tag letzten Endes fertig und haben die restliche Zeit der drei Wochen für sich selber oder Sie bearbeiten es kontinuierlich, so wie Ihre Arbeit das ermöglicht. Die Themen, darauf werde ich dann später nochmal eingehen, können Sie sich hier aber auch schon mal anschauen und den Ablauf können Sie sich auch hier anschauen. Wichtig ist mir der Punkt Zusammenarbeit. Das heißt, ich werde immer durch die Aufgaben eine Kooperation, eine Zusammenarbeit, so wie später in Ihrem Berufsleben eben auch. Das heißt, Sie sollten früh in der Lage sein, Kontakt aufzunehmen zu Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Die Kommunikationsplattformen, die wir Ihnen anbieten, sind auch dafür geeignet. Slack zum Beispiel, da komme ich gleich nochmal zu. Aber auch alle Möglichkeiten, die Ihnen das Internet eröffnet, ob das jetzt Discord ist oder eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer, nutzen Sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Zur Kommunikation. Ich möchte, dass Sie mir Fragen stellen. Ich möchte, so oft es geht, für Sie erreichbar sein, um Ihnen in Ihrem Lerntempo auch mit Rat und Tat sozusagen zur Seite zu stehen. Dafür werde ich einrichten oder habe ich auch schon eingerichtet einen Slack-Workspace. Das ist sowas ähnliches wie WhatsApp, nur auf professioneller Ebene. Das sind auch Tools, die später in der Praxis im Büroalltag genutzt werden. Das ist vergleichbar mit Microsoft Teams. Und so über diesen Kanal können Sie mich, sofern ich online bin, jederzeit erreichen. Es gibt einen eigenen Channel für Fragen. Stöbern Sie einfach mal in diesem Slack-Workspace. Das ist Ihre erste Aufgabe auch für unser Meeting. Und zusätzlich dazu, sehen Sie auch gleich, habe ich einen Meeting-Raum eingerichtet, der redundant ist. Also es gibt zwei Video-Meeting-Plattformen, die ich nutze. Einmal Zoom. Das werden Sie vielleicht kennen schon aus dem Sommersemester. Und zum anderen BigBlueButton. Das ist ein Open-Source-Projekt, was dann auch in OLAT eingebettet ist. Da ich aber die Erfahrung gemacht habe, dass eine Plattform, die die Hochschule hostet, mal an die Ressourcengrenzen stoßen kann, gibt es immer die Rückfallebene mit Zoom. Feedback ist mir sehr wichtig. Das heißt, ich möchte Sie durch geeignetes Feedback in Ihrem Lernfortschritt auch leiten. Am besten dafür geeignet, finde ich, ist eine sogenannte Portfolioprüfung. Das heißt, Sie werden keine Klausur am Ende schreiben, sondern Ihre Portfolio, Ihre Prüfungsleistung besteht aus mehreren Teilen, die zeitlich gestaffelt abzugeben sind. Das ist ein wichtiges Thema für unser erstes Meeting. Damit hängen nämlich Einschreibefristen zusammen und gewisse Prüfungsformalitäten. Dadurch erhalten Sie aber stets die Möglichkeit, zielgerichtet sich auch zu verbessern. Das heißt, durch das Feedback von mir, auch durch Ihre Kommilitonen, also Sie werden sich selber auch gegenseitig Feedback geben, können Sie stets Ihre Arbeit verbessern, was nach meinen Erfahrungen dazu führt, dass Ihre Leistungen eigentlich immer überdurchschnittlich gut sind. Es ist nicht der eine Prüfungstag, wo es entweder klappt oder nicht klappt, sondern es ist ein Prozess der Leistungserbringung, die auch sehr realitätsnah ist und dadurch sind Sie in der Lage, sich kontinuierlich auch zu verbessern. Individualisierung. Bitte sprechen Sie mich an. Sollte das vorgesehene Prozedere nicht in Ihren Arbeitsablauf reinpassen, weil Sie berufsbegleitend studieren praktisch, dann sprechen Sie mich bitte an. Wir gucken, was da machbar ist. Es ist relativ viel machbar, aber ab einer gewissen Grenze schadet halt die Kollaboration. Also es ist wirklich ein zusammenarbeitendes Modul und es kann nicht sein oder es würde nicht mehr funktionieren, wenn Sie sagen, ich will das Modul dann machen, wenn ich Lust habe. Wenn ich zwei Wochen Zeit habe, mache ich das Modul an einem Stück runter. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen schon zusammenarbeiten. Das heißt, an diesem Skelett möchte ich nach wie vor festhalten. Aber wenn das für Sie nicht passt, sprechen Sie mich an, dann gucken wir, ob wir eine Lösung finden. Ja, los geht's. Was sind die nächsten Schritte? Die stehen hier. Los geht's. Sie haben diese Punkte hier, um die ich Sie bitte. Das heißt, als erstes sollten Sie sich in dem Slack Workspace anmelden. Wie das geht, finden Sie hier unten unter dem Reiter Technik und Tools. Machen Sie sich mit den Funktionen von Slack vertraut, wenn Sie die noch nicht kennen. Dann gehen Sie bitte auf Mentimeter über den QR-Code oder über diesen Link hier und beantworten Sie die Fragen, die Sie da finden. Und schauen Sie sich doch einfach schon mal die erste Lerneinheit, das erste Lernmodul M1, Einführung in die Nachhaltigkeit an und bearbeiten die Punkte, die dort stehen. Durch diese Schnuppereinheit, diese Schnuppereinheit haben Sie so auch die Möglichkeit, das gesamte Modul besser kennenzulernen und qualifizierter zu entscheiden, ob das was für Sie ist. Und dann wird es auch schon Zeit für unser erstes Meeting. Ich biete Ihnen einige Termine an oder ich muss einen festlegen. Das verfolgen Sie bitte über den OLAT-Kurs. Das werde ich hier noch veröffentlichen. Und dann richten Sie bitte Ihre Teilnahme am ersten Meeting ein. Das erste Meeting ist eigentlich das Wichtigste. So lernen wir uns besser kennen, wie das in den weiteren Meetings ist. Das besprechen wir dann. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, was sind Ihre Erwartungen? Das ist die Abstimmung. Was sind Ihre Erwartungen? Was erwarten Sie sich vom Kurs? Und dann geht es auch schon los. Ich hoffe, dass Sie im Kurs bleiben, dass Sie zahlreich und engagiert mitarbeiten. Ich bin gespannt auf Ihre kreativen Ideen und freue mich auf unser erstes Meeting. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.